Warte, warte, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Kannst du mir helfen? Ja, logisch. Die Nationen Europas haben sich die ganze Zeit bekriegt. Jahrhundertelang. Bis eines Tages irgendein Typ oder wahrscheinlich seine Frau meinte, also diese Frau meinte, Leute, so geht das nicht weiter. Wir müssen aufhören uns zu bekämpfen und Regeln schaffen. Und deshalb sind wir hier.